Im Januar bin ich zehn Jahre hier. Meine Mutter war cracksüchtig. Ich habe Morde erlebt, bevor ich zwölf war. Hab geraucht und getrunken. Mit elf habe ich erstmals geschossen. Das war normal. Alle haben das gemacht. Gefängnis war für mich nichts Schlechtes. Es gehörte zu meinem Leben. Mein Vater hat gesessen, mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, mein älterer Bruder, alle haben gesessen. Ich weiß, was mich hierher gebracht hat. Armut ist ein Problem. Sie zerstört Familien und macht das Leben schwer. Aber die Wut, dass man keine Chance bekommt, kann einen auch motivieren. Nur dann kann man den Teufelskreis von Rassismus und Sklaverei durchbrechen, die sich als Justizsystem verkleiden. Über meiner Heimatstadt Easton, Pennsylvania, thront das Gefängnis auf einem Hügel. Alle haben Familienmitglieder dort. Ich dachte, dass auch ich da enden würde. Mein Freund Tommy verbrachte den größten Teil seines Lebens im Knast. Nach seinem Selbstmord wollte ich mehr über ein Justizsystem erfahren, das so viele Schwarze wegsperrt. Also fahre ich nach Easton. Hier haben wir den größten Teil, die 97 Meurskreis fahre ich nicht. Alles klar. Alles klar, warum so viele, wie das Zeuglkilبر,あ Taiwan ab gleichen. Das ist unser Haus. Hier bin ich aufgewachsen. An dieser Ecke kam der Schulbus. Am ersten Tag, nachdem wir hierher gezogen waren, hat mich ein Zeitungsjunge Nigger genannt. Das war das erste Mal. Seine Mutter sagte, mach das nicht, diese Leute zünden sonst unser Haus an. An der Schule haben Tommy und ich mit Drogen gedealt. Wir sind in Häuser eingebrochen. So haben wir uns symbolisch von den reichen Weißen zurückgeholt, was uns vor langer Zeit genommen wurde. Ich habe das Fluchtfahrzeug gefahren, Tommy saß neben mir. Wir waren halt jung und sind gerast. Dadurch wurde es noch wahrscheinlicher, dass wir auch im über allem thronenden Knast landen. Später habe ich Easton verlassen. Tommy ist geblieben. Er hat seine Tochter Jerika versorgt, sie jeden Tag für die Schule fertig gemacht und für sie gekocht. Als sie 15 war, hat er sich umgebracht. Ohne ihren Vater erscheint ihr das Leben sinnlos. Er ist allein gestorben. Ich konnte es nicht fassen. Das hat mich traumatisiert. Er hatte gesagt, er kocht, wenn ich nach Hause komme. Ich habe mir seinen Namen auf den Arm tätowieren lassen. So ist er immer bei mir. Ich spreche mit ihm. Wenn ich in die Kirche gehe, rede ich manchmal mit ihm. Von all meinen Jugendfreunden war Tommy der Disziplinierteste. Er war kein schlechter Mensch. Warum ist gerade er so in Schwierigkeiten geraten? Das ist der Haken am System. Einmal sitzen reicht. Je öfter Tommy ins Gefängnis kam, desto mehr verhielt er sich wie ein Verbrecher. Wie viele Insassen haben Sie? Zurzeit 746. Hier drüben ist es ein bisschen laut und angespannt. Da stehen einem die Nackenhaare zu Berge. Ein paar sind am Randalieren. Warum? Die sind verbal wohl heftig aneinander geraten. Einige Beamte gehen gerade hin, um zu sehen, was da los ist. Aber wenn die sich schlagen, geht man ihnen besser aus dem Weg. Ich kenne die Zahlen. Aber so viele Schwarze in Käfigen zu sehen, macht mich wütend. Seit wann bist du hier? Seit heute. Heute? Aber ich kenne das System. Ich weiß, wie korrupt es sein kann. Unfassbar, dass man für sowas Kleines eine so lange Strafe bekommt. Erzähl mal vom System. Egal, was man macht, auch wenn man ein Guter ist, man landet unausweichlich hier. Dieses Rein und Raus, man wird Teil des Systems. Man fühlt sich, als wäre man nie draussen. Verstehst du? Selbstmordversuche? Nein, ma'am. Vor zwei Jahren bekam Corday fünf Monate Haft für Trunkenheit am Steuer. Er musste exorbitante Gerichts- und Gefängnisgebühren zahlen. Als er eine Zahlung verpasste, haben sieben Polizisten seine Tür aufgebrochen und ihn verhaftet. Das hat mich zwei Jahre gekostet. Du kannst ein guter Mensch sein, aber ein Fehler und du bist drin. Und dann kommst du nicht mehr raus. Corday möchte woanders neu anfangen. Aber wegen Bewährungsauflagen und Gerichtsterminen ist er in Easton gefangen. Ich hätte auch im System enden können. Bestimmt. So wie jeder dritte Schwarze in Amerika. Absolut, Mann. Ich weiß genau, wovon du sprichst. Ist scheiße, aber das ist die Welt, in der wir leben. Nach all den Jahren der Integration und angeblicher Gleichberechtigung sollte man meinen, dass sich das mal ändert. Aber das tut es nicht. Aber das tut es nicht, aber es tut es nicht, aber es tut es nicht. Nein, nein, nein. Cordays Geschichte ähnelt der von Tommy. Es wäre wohl auch meine geworden, wenn ich Easton nicht verlassen hätte. Wir danken dir, Herr, für die Unverwüstlichkeit des menschlichen Geistes und dieser Nation. Aus der Asche erstehen wir. Aus Stau. Die Kirche war in meiner Jugend sehr wichtig. Tommy hat in der Musikgruppe Schlagzeug gespielt. Ich habe im Chor gesungen. Mein biologischer Vater war Diakon einer anderen Kirche. Er und meine Mutter waren mit anderen verheiratet. Sie hatten eine Affäre. Aber er hat mich als Sohn nicht anerkannt. Als meine Mutter aus Easton wegging, gab es keinen Grund zurückzukehren. Da wartete nur alter Schmerz. Erkennst du mich? Schön, dich zu sehen. Schön, dass du uns besuchst. Ja. Mein Neffe ist im Gefängnis. Er hat 13 Jahre bekommen. Du bist Vollzugsbeamter? Ja. Wow, und wo? In Sing Sing. In Sing Sing? Ja. Ja. Nach der Kirche esse ich mit Tommys Familie zum Mittag. Wer kennt jemanden, der im Gefängnis war? Wer nicht? Alle. Ich war im Gefängnis. Ich und meine ganze Familie auch. What? Du warst im Gefängnis? Im Bezirksgefängnis? Lehigh County. Send her. Where they send her at? Arme und Schwarze in Amerika haben Masseninhaftierung als Teil ihres Lebens akzeptiert. Alle nehmen das hin und halten es für normal. Die Wurzeln reichen tief in unsere leidvolle Geschichte zurück. Als die Sklaverei 1865 in den USA abgeschafft wurde, hat der Kongress den 13. Zusatzartikel zur Verfassung verabschiedet. Weder Sklaverei noch unfreiwillige Knechtschaft sind in den USA erlaubt, außer als Strafe, die ein ordentliches Gericht verhängt. Diese Klausel erlaubt es Amerikanern, Schwarze und Arme seit mehr als 150 Jahren weiter zu versklaven. Amerika hat heute die höchste Inhaftierungsrate der Welt. Gefüllt sind die Gefängnisse grösstenteils mit Armen und Farbigen. Paul Wright, ein Verfechter der Strafvollzugsreform, hat selbst schon gesessen. Ich war im Gefängnis, weil ich bei einem Raubüberfall einen Drogenhändler erschossen habe, als der mich erschießen wollte. Ich sollte lernen, dass man Drogenhändler nicht ausraubt. Das hätte ich auch ohne 17 Jahre Haft kapiert. Die Brutalität und Unmenschlichkeit, die Gefängnisinsassen ertragen müssen, hat mich überrascht. Amerikaner würden sicherlich eine Reform fordern, wenn sie wüssten, was in Gefängnissen mit ihren Steuergeldern, also in ihrem Namen, passiert. Das Strafjustizsystem verursacht enorme Kosten. Staatliche Regierungen wenden etwa 5 Prozent ihres Haushalts für Strafvollzugseinrichtungen auf. Dafür zahlt die US-Regierung 265 Milliarden Dollar pro Jahr. Aufgebracht vom Steuerzahler. Aber wo geht all das Geld hin? Was machen Sie und wo sind wir hier? Ich bin Geschäftsführer der American Jail Association. Wir konzentrieren uns als weltweit einzige Organisation auf Angestellte in US-Gefängnissen. Das ist die Ausstellungsfläche. Hier werden Produkte und Dienstleistungen für Gefängnisse gezeigt. Von Kleidung über Lebensmittel bis zu Sicherheitsanlagen. Ein Gefängnis ist wie eine Stadt. Was sind das für Stühle? Der Hersteller, Norix, produziert Gefängnismöbel. Für Insassen. Die sind aus Plastik, damit... Man sie abwaschen kann? Sie leicht zu pflegen sind. Ohne scharfe Kanten. Man kann nichts abmontieren und als Waffe benutzen. Alles sehr bequem für die Häftlinge. Wir wollen, dass sie sich wohlfühlen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Viele Privatfirmen profitieren vom Strafvollzugssystem. 2017 hat Norix geschätzt 22 Millionen US-Dollar Umsatz erzielt. Einen Großteil davon mit Gefängnissen. Langsam begreife ich, warum eine Änderung des Systems so schwierig ist. Die USA haben eine selbst laufende Gefängnismaschinerie. Viele Jobs hängen von der Masseninhaftierung ab. Abton Sinclair sagte mal, man kann jemandem schwer etwas erklären, wenn sein Gehalt ihn zwingt, es nicht zu verstehen. Es geht nicht nur um Privatunternehmen. 265 Milliarden Dollar Steuergelder werden jährlich für Gefängnisse aufgebracht. Gehälter für Vollzugsbeamte machen 38 Milliarden aus. Gesundheitsversorgung 12,3 Milliarden und Lebensmittel 2 Milliarden. So viele profitieren vom System. Niemand will ein Stück vom Kuchen abgeben. Der Begriff Gefängnisindustrie ... Den hasse ich. Den hassen Sie? Warum? Er stimmt nicht. Wir stellen keine Autos her. Niemand profitiert davon. Gefängnisse haben keine Aktionäre. Wir werden nicht an der Wall Street gehandelt. Aber einige Firmen gehören schon zum System. 265 Milliarden US-Dollar jährlich sorgen für Gewinne vieler Firmen. Wie z.B. Telefonanbieter, die Häftlingen übermäßig hohe Gebühren abverlangen. Für Familien ist es nicht unüblich, pro Monat bis zu 500 US-Dollar Telefongebühren zu bezahlen. Das sind aber die wirtschaftlich schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft. Nicht nur, dass ein Angehöriger und vielleicht der Hauptverdiener ausfällt. Sie müssen auch noch diese extrem überhöhten Gebühren zahlen. Es geht um ein Telefongespräch. Es geht um ein Telefongespräch. Für alltägliche Dienstleistungen müssen Häftlinge ein Vielfaches dessen zahlen, was außerhalb des Gefängnisses üblich ist. So profitieren Firmen v.a. von armen und farbigen Inhaftierten. Viele Firmen profitieren davon. Das betrifft z.B. Telefonanbieter, die Wucherpreise verlangen. Oder Firmen, die Geldflüsse zwischen Insassen und ihren Familien ermöglichen. Oder Lebensmittellieferanten. In der Gefängnisbranche kann man viel Geld machen. Ich bin ... Zufrieden, ja. Ihr Konto enthält drei Anlagefonds. Wir können online nachsehen, wo sie investiert werden und ob sie vom Gefängnissystem profitieren. Ich suche mal nach Corrections Corp of America. Da ist es. Verrückt, oder? Wahnsinn! Ja, vielleicht sollte ihr Finanzberater wissen, dass sie an bestimmten Dingen nicht beteiligt sein wollen. Unglaublich. Ohne es zu wissen, investiere ich vielleicht in das System. Ich frage andere immer, ob das eine riesige Verschwörung ist, aber alle sagen nein. Alle nehmen das einfach hin. Staatsanwälte, Bezirksanwälte, Richter, Justizbeamte, Geschäftsführer. Alle sind Teil eines funktionierenden Systems. Das ist ein Wirtschaftszweig. Ja, vor 10, 20 Jahren oder noch früher wusste die Regierung genau, wo das hinführen wird. Aber niemand hat was unternommen. Es gab wohl gemeinsames Interesse daran, dass es so läuft. Warum? Institutioneller, struktureller Rassismus. Das ist meine einzige Erklärung. William G. Otis ist Rechtsprofessor und ehemaliger Bundesanwalt. Präsident Trump hat ihn in die US-Behörde für Strafbemessung berufen. Ich als Konservativer habe einige Bedenken bezüglich der Effektivität und Weisheit der Regierung. Aber ab und zu macht sie auch was richtig. Heute sitzen sehr viel mehr Menschen im Gefängnis als in den 60ern und 70ern. Aktuell rund 2,2 Millionen. Masseninhaftierung entsteht durch die zunehmende Kriminalisierung von immer mehr Verhaltensweisen. Von 1776 bis 1990 wurde in den USA die erste Million Menschen eingesperrt. Bis 2000 hat sich die Gefängnispopulation verdoppelt. Nur 10 Jahre für die zweite Million. Seit den 1990ern wurden doppelt so viele Haftstrafen verhängt wie vorher. Das hat definitiv was gebracht. Das war kein Fehler. Es ist auch kein Zufall, dass es heute weniger Verbrechen gibt als Anfang der 1990er Jahre. Warum hat Amerika die höchste Inhaftierungsrate der Welt? Wie erklären Sie sich das? Wegen der Kriminalitätsrate. Sie betrifft uns alle. 326 Millionen Amerikaner. Dem Gefängnis zu entgehen ist ganz einfach. Dazu muss man kein Anwalt sein, sondern nur vier Regeln beachten. Stiel nicht, betrüge andere nicht um ihr Eigentum, halte dich fern von Drogen, kläre Streit ohne Gewalt. Wenn sich die Leute daran halten würden, hätten wir eine Gefängnispopulation von null. Die Ungleichheit nimmt immer mehr zu. Masseninhaftierung dient der sozialen Kontrolle. Was wird denn kontrolliert? Arme. Die einzige Funktion unseres Strafrechtssystems besteht darin, Arme festzuhalten und zu überwachen. Warum sind Arme bedrohlich? Wegen sozialem und politischem Wandel. Arme Farbige sind weltweit die Fusssoldaten der Revolution. Sie gelten hier als Bedrohung. Die Inhaftierungskrise begann in den 60er und 70er Jahren. John Ehrlichman, Berater von Präsident Nixon, gab das später zu. Zitat. Das Weiße Haus unter Nixon hatte zwei Feinde. Die linke Antikriegsbewegung und Schwarze. Gegen den Krieg oder schwarz zu sein, ist nicht illegal. Aber wenn man Hippies mit Marihuana und Schwarze mit Heroin verbindet und beides kriminalisiert, kann man diese Gruppen zerschlagen. Zitat Ende. Genau das haben sie getan. Das ist dieselbe Unterdrückung armer Schwarzer wie seit 500 Jahren. Wir brauchen Eltern, die ihren Kindern die richtigen Werte vermitteln. Ich würde wetten, dass sie nicht erfolgreich und ein unabhängiger Filmemacher geworden wären, wenn ihre Eltern ihnen alles erlaubt und niemals die Hausaufgaben kontrolliert hätten. Sie sind nicht mit der Polizei in Konflikt geraten. Denn ihre Eltern haben sie gelehrt, andere zu respektieren und Streit ohne Gewalt zu klären. Wer Geld will, soll es sich verdienen. Zum Beispiel mit einem Ferienjob. Auch die Trump-Regierung sieht das so. Ich werde das Recht und Ordnung in unsere Lande vermitteln. Und wenn Sie diese Thug werden in den Backen von einem Paddy-Waggen, Sie sehen sie einfach in den Brücken, schwer. Ich sage, bitte nicht zu nett. Wie wenn Sie jemanden in den Auto und Sie protecten ihre Hände, Sie wissen, wie Sie die Hand auf. Donald Trump findet Masseninhaftierung gut. Er meint, die Anzahl der Insassen und Haftstrafen müsste sogar erhöht werden. Gefängnisreformen seien nicht notwendig. Jeff Sessions, ein Anhänger der Rassentrennung der Jim-Crow-Ära, würde ebenfalls gerne mehr Menschen einsperren und den Schlüssel wegwerfen. Ich habe gestern allen US-Anwälten ein Memo zu der neuen Anklage- und Strafzumessungsrichtlinie des Justizministeriums geschickt. Im Unterschied zum vorherigen Anklage-Memorandum können unsere Staatsanwälte nach eigenem Ermessen ungerechte Strafen vermeiden. Sessions fordert Bundesanwälte auf, schwerstmögliche Anklagen zu erheben und härteste Strafen zu verhängen. Wir müssen die Kriminalität reduzieren, aber das tun wir nicht. Außerdem müssen wir Familien in ganz Amerika vor gewaltsamen, gefährlichen Personen schützen. Das hat höchste Priorität. Darauf konzentrieren wir uns. Gegner von obligatorischen Mindeststrafen oder generell harten Strafen behaupten, dass Minderheiten überproportional davon betroffen seien. Aber Minderheiten sind auch überproportional betroffen vom Drogenhandel. Sie sind die Opfer und dem wollen wir ein Ende machen. Hart gegen Verbrechen vorzugehen, hilft letztendlich jenen, die von Verbrechen bedroht sind. Eine Tatsache ignoriert das Justizministerium. Studien zufolge verhängen Staatsanwälte für schwarze Angeklagte 75 Prozent häufiger obligatorische Mindeststrafen. Außerdem erhalten Schwarze für dieselbe Tat längere Haftstrafen als Weiße. Dieses offenbar rassistische Verfahren beweist, dass das Gefängnissystem Minderheiten und arme Farbige anders behandelt als den Rest der Gesellschaft. Einer Studie zufolge machen Schwarze bei Polizeikontrollen weniger als 15 Prozent aus. Bei der nicht einvernehmlichen Durchsuchung sind es allerdings mehr als 42 Prozent. Dabei haben Weiße häufiger Illegales dabei. Ich werde ständig angehalten. Der Polizist fragt mich dann immer, wie ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Welche Rolle spielt die Ethnie bei polizeilichen Personenkontrollen? Die spielt eine Rolle. Das ist Amerika. Das war schon immer so. Ein weißer Jugendlicher in einem weißen Vorort mit gut bezahlter Polizei, die sich um die Belange der Reichen kümmern soll, wird ganz anders behandelt. Polizeiarbeit und Gerichte sind lokal geprägt. Wir reden hier über Systemprobleme von Ungleichheit und Rassentrennung. Die sind real, aber damit will sich niemand befassen. Adam Foss war früher Staatsanwalt. Jetzt kämpft er für eine Strafrechtsreform. Ich habe selbst erlebt, wie das System überproportional Menschen trifft, die so aussehen wie wir. Man hat mich beim Verkauf von Gras geschnappt. Das war klar eine Straftat. Mein Vater hat mich erwischt. Ich war von Weissen adoptiert worden. Und weil mein Vater ein angesehenes Mitglied der Gemeinde war und noch dazu Polizist, bin ich davon gekommen. Das ist nicht passiert, als ich 19 war, sondern mit 25, 26, 27. Ich habe dann Jura studiert und da bin ich heute. Adam Foss trifft sich häufig mit Häftlingen. Viele sitzen lebenslang wegen Mordes. Meine Mutter ist nach Amerika emigriert. Sie wollte den amerikanischen Traum leben. Aber daraus ist nichts geworden. Mit zwölf habe ich angefangen, Drogen zu verkaufen. Mit 17 wurde ich wegen Mordes angeklagt. Am Tag vor meinem 21. Geburtstag bekam ich lebenslänglich. Meine Mutter war süchtig, mein Vater abwesend. Mein Stiefvater hat meine Mutter missbraucht. Eigentlich sollten Eltern einen lieben, aber das taten sie nicht. Damit bin ich nicht klargekommen. Und habe meine Wut an anderen ausgelassen. Ich habe einen jungen Mann getötet. Aber ich bin nicht mehr der Wilde von damals. Ich bin anständig, zivilisiert und habe meine Würde. Diese Strafe hat den gegenteiligen Effekt. Warum? Im Gefängnis lernt man, sich einen Panzer anzulegen, um sich vor anderen zu schützen. Man muss sich kämpfrisch geben und verliert sich selbst dabei. Ich bin meinen Mentoren sehr dankbar. Durch sie lernen wir, was vergeben heisst. Dadurch sehe ich das Positive an mir und kann es auch in anderen sehen, die es vielleicht nicht selbst spüren. Die nennen euch Mörder, Vergewaltiger, Drogenhändler, Monster und Nigger. Die hassen euch. Sie haben Vorurteile. Das ist leicht, wenn man euch so weit wie möglich von eurer Gemeinschaft entfernt hinter Mauern wegsperrt. Da können sie nicht drüber sehen. Und ihr auch nicht. Ich treffe die jetzt seit 5 Jahren und erlebe, was das Gefängnis mit ihnen macht. Sie sind erwachsene Männer geworden und haben für ihre Strafen gebüßt. Aber das Gefängnis hinterlässt Spuren. Das sind 5 Jahre. Aber sie haben noch 50 bis 60 vor sich. Adam Forse reist durchs ganze Land, um die Erhaltung der Staatsanwälte zu ändern. 2,2 Millionen Menschen sitzen derzeit im Gefängnis. Afroamerikaner machen nur 14% der Bevölkerung aus, im Gefängnis aber viel mehr. Nicht, weil sie mehr Straftaten begehen oder weil Staatsanwälte Fanatiker sind, sondern weil Entscheidungen durch Vorurteile beeinflusst werden. Wir treffen Entscheidungen nicht anhand von Daten und Schlussfolgerungen. Wir entscheiden aufgrund unserer Lebenserfahrung, auch Staatsanwälte. Ein Besuch im Obdachlosenheim, im Therapiezentrum oder im Frauenhaus. Dann begreift man, dass es Dinge im Leben gibt, die man im Studium nicht lernt. Polizei, Staatsanwälte, Richter und Bewährungsbeamte verdienen an Häftlingen gar nichts. Sie sperren aber trotzdem Menschen ein. Weil uns alle einreden, wir wären dadurch sicherer und die würden sich bessern. Die Gefängnisse müssen voll sein, damit das Geschäft läuft. Natürlich kann man nicht einfach jemanden von der Straße holen und in den Bau stecken. Dafür braucht man Polizei, Staatsanwälte, Richter und Bewährungsbeamte. Firmen der Gefängnisindustrie brauchen Häftlinge. Ohne die hohe Inhaftierungsrate wären sie pleite. Zum Erhalt dieser 265 Milliarden Dollar schweren Branche braucht man einen ständigen Zustrom neuer Menschen. Menschen, die entbehrlich sind. In der Geschichte der Zwangsarbeit in Amerika sahen die Machtlosen immer anders aus als jene, die Macht haben. Durch die Inhaftierung Machtloser werden Gefängnisse gefüllt. Legt ein Polizist einem jungen schwarzen Handschellen an, ist der auf dem besten Weg in ein System, aus dem es kein Entrinnen gibt. Zu Beginn diente das Wegsperren großer Menschenmengen dazu, schwarze Aktivisten während der Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre zu kontrollieren. In den 1980ern wurden Afroamerikaner im Zusammenhang mit Drogen kriminalisiert. In den 1990ern führte die rassistisch motivierte Angst vor jugendlichen Gewalttätern zur Inhaftierung so vieler Menschen, dass Gefängnisse zum Wirtschaftszweig wurden. Der ist heute so lukrativ, dass die Moral hinter dem Geld zurückstehen muss. Als Michael Brown in Ferguson von einem Polizisten erschossen wurde, führte das US-Justizministerium eine Ermittlung durch. Sie ergab, dass die lokalen Behörden regelmäßig überhöhte Gebühren von Armen und Schwarzen gefordert hatten. Der Ermittlung zufolge hat die Lokalbehörde regelmäßig die Polizei eingeschaltet, nicht zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, sondern um Einnahmen zu generieren. Der Richter ist also zuständig für den Geldhahn der Gefängnisindustrie? Inhaftierungen gehören zur Gesellschaft. So gehen wir mit Menschen um. Ein Richter, der für eine Wahl kandidiert, muss das befürworten. Das lässt sich nur schwer ändern. Mit dem Versprechen, in Sachen Kriminalität hart durchzugreifen, kommt ein Richter in Wahlzeiten gut an. Einer Studie zufolge werden Straftäter deutlich häufiger verurteilt, wenn es viel Wahlwerbung im Fernsehen gibt. Bewährung ist ebenfalls ein Grund für volle Gefängnisse. Bewährungshelfer waren früher Sozialarbeiter, die beim Übergang ins normale Leben geholfen haben. Im Verlauf der letzten 20 Jahre sind sie eher zu Polizisten geworden. Viele sitzen wegen Verletzung der Bewährungsauflagen, aber nicht wegen neuer Straftaten. 76% der Freigelassenen sind nach sechs Jahren wieder im Gefängnis. Oft wegen verletzter Bewährungsauflagen. In der Bewährung muss man bestimmte Regeln einhalten. Man muss Adresse und Telefonnummer angeben, damit man erreichbar ist. Man muss sich Job und Wohnung suchen. Sich nicht daran zu halten, ist aber keine Straftat. Wer keinen Job will und mit Freunden abhängt, begeht kein Verbrechen. Wer keine Ausbildung macht und Gras raucht, begeht keine Straftat. Staatsanwälte und Bewährungshelfer können einen deshalb aber einbuchten. Das ist das kleine schmutzige Geheimnis, über das niemand spricht. Viele sitzen im Gefängnis, weil sie es sich nicht leisten können, rauszukommen. Diese moderne Bestrafung für Armut gleicht den unmenschlichen Gefängnissen aus dunkler Vergangenheit. Warum sind Sie hier? Dreimal Trunkenheit am Steuer. Ich kann in fünf Tagen raus, war aber ein Jahr hier. Rückfall, Trunkenheit am Steuer. Ich schulde den Behörden 545 Dollar. Aber ich habe meinen Job verloren, bevor ich die letzte Rate zahlen konnte. Ich bin jetzt sechs Monate hier. Es geht nur rückwärts. Korrupte Behörden. Korrupte Behörden? Northampton geht's nur ums Geld. Schuldet man denen fünf Dollar, zahlt man besser. Ich hatte Arbeit. Als mein Leben durcheinander kam, waren Job und Wohnung weg. 545 Dollar für einen Fall, der abgeschlossen ist, sobald ich draußen bin. Die meisten haben keine Ahnung vom Strafrechtssystem. Sie kümmern sich nicht darum, weil sie nicht selbst betroffen sind. Häufig betrifft es Menschen anderer Hautfarbe oder Herkunft. Dann denken sie, die haben eben was falsch gemacht. Alles ist möglich. Aber wenn man die Leute fragt, ob man sein Leben lang für Ruhestörung büßen soll oder Jahre ins Gefängnis soll, weil man einen ungedeckten Scheck geschrieben oder ein Video nicht zurückgegeben hat, da sagt keiner ja. Warum werden so viele festgehalten? Die Menge wird nicht von einer Person kontrolliert. Über den Weg ins Gefängnis entscheiden verschiedene Personen, unabhängig voneinander. Und plötzlich ist der Knast voll. So füllen sich auch die Kassen lokaler Behörden. Denn die fordern oft überhöhte Gebühren von Menschen, die nicht in der Lage sind zu zahlen. Auf Bewährung muss man dafür zahlen, dass man überwacht wird. Zu meinen Zeiten als Staatsanwalt waren es 65 Dollar im Monat. Heute sind es 90. Nehmen wir einen jungen Schwarzen, der Kinder hat, aber keine Aussicht auf Arbeit. Nichts gelernt. Der verkauft Drogen, weil er Geld braucht, um aus dem Schlamassel rauszukommen. Das System macht es ihm noch schwerer, Arbeit, eine Wohnung, finanzielle Hilfe und anderweitige Unterstützung zu bekommen. Er muss das ja alles bezahlen. Was passiert dann wohl? Wie kann man glauben, dass dieses System Menschen davon abhält, Straftaten zu begehen? Wenn jemand verurteilt wird und ins Gefängnis kommt, kann ihn die Regierung legal als Arbeitskraft nutzen. Die Häftlinge arbeiten für fast keinen Lohn. Sie stellen Straßenschilder oder Matratzen her oder was immer die Regierung entscheidet. Die Justizvollzugsanstalt Easton gehört zu den ältesten Gefängnissen in New York. Viele Häftlinge arbeiten hier für weitaus weniger als den Mindestlohn. Manche halten das für eine gute Sache, weil die Insassen was lernen, das sie später in Freiheit nutzen können. Für andere ist es moderne Sklaverei. Viele Verkehrszeichen, die man überall auf den Straßen sieht, wie zum Beispiel Stoppschilder, werden hier gemacht. Was bekommen die dafür? Zwischen 15 und 65 Cent die Stunde. Warum nicht den Mindestlohn? Die Bezahlung ist vorgeschrieben. Ein Arbeitnehmer draußen, der Mindestlohn bezieht, muss ja alle möglichen finanziellen Verpflichtungen erfüllen. Er muss seinen Haushalt führen, die Familie ernähren, Steuern zahlen, Lebensmittel kaufen, Miete, Transport und Krankenversicherung zahlen. Jemand, der im Gefängnis sitzt, muss für all das ja gar nicht aufkommen. Für Gerichtskosten und Gebühren muss ein Häftling durchschnittlich etwa 13.600 Dollar aufbringen. Seine Familie leidet, weil sein Verdienst wegfällt. Mit 48 hat ein ehemaliger Häftling 179.000 Dollar weniger verdient als jemand, der nie im Gefängnis war. Wenn Häftlinge vor Gericht die Bezahlung ihrer Arbeit einklagen, heißt es stets, ihr seid Sklaven, ihr seid Sklaven des Staates. Genau diese Worte haben die Gerichte in den letzten 120 Jahren benutzt. Häftlinge sind Sklaven des Staates und haben keinen Anspruch auf Vergütung. In der Presse heißt es, dass Firmen wie Whole Foods, Victoria's Secret und Starbucks Gefangenenarbeit nutzen. Paul Wright hat das aufgedeckt. Welchen Anteil hat Gefangenenarbeit bei Unternehmen? Der ist ziemlich klein. Das ist jetzt nicht toll für ihre Reportage, aber der Privatsektor in diesem Land beschäftigt durchschnittlich 5.000 bis 6.000 Häftlinge. Die meisten arbeiten nicht für private Firmen, sondern für die Regierung. Billige Arbeit hält das Gefängnissystem am Laufen. Was machen sie denn? Die Häftlinge betreiben die Gefängnisse. Sie machen alles, was getan werden muss, außer im Bereich Sicherheit. Zum Beispiel Klempner und Wartungsarbeiten, Verwaltung und Hausmeisterdienste, Putzen, Kochen, Essen austeilen. Was immer im Gefängnis erledigt werden muss, tun die Häftlinge. Dadurch spart das Gefängnis ein Vermögen. 10 Millionen Dollar. 10 Millionen Dollar. Einem GAO-Bericht von 1993 zufolge würde es Gefängnisse jedes Jahr hunderte Millionen Dollar kosten, wenn sie Häftlingen für ihre Arbeit den Mindestlohn zahlen würden. Die sparen sie ein. In Staatsgefängnissen liegt das Durchschnittsgehalt bei 20 Cent pro Stunde. In Bundesgefängnissen bei 31 Cent. In vielen Staaten wird überhaupt nichts gezahlt. Was? Oh ja. In Texas, Georgia, Arkansas und Alabama werden Häftlinge für ihre Arbeit gar nicht bezahlt. Teilweise müssen sie unter Androhung disziplinarischer Maßnahmen arbeiten. Wer sich weigert, geht in Isolationshaft. Das ist Sklaverei. Inhaftierte kommen in dieser Diskussion nur selten zu Wort. Manche sagen, im Gefängnis sollte es keine Arbeitsprogramme geben. Was meinen Sie? Das sehe ich anders. Ich kann mich in dieser Zeit bewegen, meine Wut rauslassen. Das ist ein Puffer. Dadurch habe ich einen Anreiz, das Richtige zu tun und mich zu ändern. Die Bezahlung könnte besser sein. Bestimmt profitiert jemand davon. Die zahlen einem nur, was sie für nötig halten. Man muss im Gefängnis auf sein Gerichtsverfahren warten. Außer man zahlt eine Kaution. Von Tommys Schwester Susi weiß ich, dass die Kaution die Familie sehr belastet hat. Das Gericht legt die Kaution fest. Wer sie bezahlt, ist frei bis zum Gerichtstermin. Durchschnittlich beträgt sie 55.000 Dollar. Für die meisten mehr als ein Jahresgehalt. Die meisten Staaten haben ein sogenanntes Recht auf Kaution. Das wird auf zweierlei Weise pervertiert. Geld wird damit fast zur einzigen Möglichkeit, rauszukommen. Es ist deprimierend, wie viele Menschen im Gefängnis sind, weil sie die Kaution nicht aufbringen können. Wer das Geld nicht hat, kann einen Kautionsbürgen einschalten. Sagen wir, ein Richter legt als Kaution 50.000 Dollar fest. Die wenigsten haben so viel einfach rumliegen. Vielleicht aber 5.000 Dollar. Wenn man dem Kautionsbürgen 10% seiner Kaution zahlt, streckt der den Rest vor. In fast allen Staaten gibt es eine Kautionsbranche. Die betreibt Lobbyarbeit, um ihre Interessen durchzusetzen. Bei jedem Versuch, das Kautionssystem zu reformieren, drängen die Lobbyisten darauf, dass es so bleibt, wie es ist. Von 2002 bis 2011 hat die Kautionslobby 3,1 Millionen Dollar für die Beeinflussung von Politikern bezahlt. Reformen lehnt sie ab. Häftlinge zahlen jährlich mehr als 1,4 Milliarden Dollar an diese Branche. Geld, das meist aus armen Familien kommt. Anstatt mit Puppen zu spielen und eine normale Kindheit zu haben, wie ich es jedem wünsche, musste ich Bier verstecken und die Polizisten bitten, meinen Vater nicht mitzunehmen. Es war schrecklich. Ich habe geweint, denn ohne meinen Vater waren mein Bruder und ich, keine Ahnung, es war schlimm. Wie oft war Tommy im Gefängnis? Sehr oft. Jeden Monat? Alle paar Monate? Öfter als jeden Monat. Einfach eingesperrt. Ohne Hilfe oder Therapie in den Knast. Die haben ihn einfach da reingesteckt. In eine sogenannte Blase. Da kommt man rein, wenn sie einen für Selbstmord gefährdet halten. In Papierkleidung. Die anderen im Gefängnis können an einem vorbeigehen und dich begaffen. In Northampton? In Northampton County. Sie haben ihm so viele Medikamente gegeben, dass er oft seinen Namen nicht mehr wusste. Das ging so über mehrere Jahre. Es würde Tommy das Herz brechen, wenn er wüsste, wie Jerika leidet. Vielleicht muss sie die Schule abbrechen, weil sie so viel gefehlt hat. Vom Gefängnis traumatisiert ist nicht nur der, der eingesperrt wird. Jerika weint um ihren Vater. Und mir wird all das Leid wieder deutlich, das man als Schwarzer in Amerika ertragen muss. Das System hat Tommy ausgebeutet. Wenn die Gerichte nicht kriminalisieren, sondern rehabilitieren würden, wäre er noch am Leben. Tommy war einer meiner besten Freunde an der Highschool. Er musste ständig ins Gefängnis, hat aber nie eine Therapie bekommen. Wie kann das nur sein? Und wie viele Tommys gibt es wohl noch? Es gibt viele Tommys. Sie sollten aber nicht im Gefängnis sein, sondern in Krankenhäusern, wo man ihnen helfen kann. Psychische Erkrankungen sind ein großes Problem in unseren Gefängnissen. In Miami-Dade haben 62 Prozent eine psychische Erkrankung. Wenn wir die behandeln oder sie an entsprechende Einrichtungen außerhalb des Gefängnisses überweisen würden, gingen die Insassenzahlen zurück. Dann könnten wir denen, die hier sind, besser helfen. Das ist ja eine gewaltige Menge. Gefängnisse haben ihren Sinn. Es gibt Missstände in der Gesellschaft und es gibt schlechte Menschen. Aber nicht jeder muss gleich eingesperrt werden. Gefängnis sollte die letzte Maßnahme sein, nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden. Ist es besser, dem Gefängnis 200 Dollar täglich zu zahlen und eine Person wegzusperren, die nach der Strafe meist doch wieder rückfällig wird? Oder sollte man das Geld lieber in eine Therapie für diese Person investieren, sodass sie nie mehr ins Gefängnis kommt? Es kostet uns Geld. Es kostet uns Geld. Es kostet definitiv mehr, wenn man die falschen Personen einsperrt, anstatt sie zu therapieren. Ihr Job ist wohl der einzige, bei dem es gut für die Gesellschaft ist, wenn sie nichts zu tun haben. Stimmt. Ist das nicht seltsam? Über diese Kündigung würde ich mich freuen. Wie oft hatten Sie als Polizist mit Menschen zu tun, die psychische Probleme haben? Sehr oft. Wenn Alkohol und Drogen im Spiel sind oder die Familie Probleme hat, kann man das schwer einschätzen. Ich wünschte, Polizisten müssten nicht mit Menschen umgehen, die in einer psychischen Krise stecken. Sie sollten besser dafür ausgebildet werden. Aber eigentlich ist das nicht ihr Job. Psychische Gesundheitsversorgung durch Masseninhaftierung, das ist ein moralisches Verbrechen unserer angeblich zivilisierten humanen Gesellschaft. Gibt es eine schlimmere Behandlung als Gefängnis? Psychische Erkrankung und Inhaftierung hängen zusammen. Seit den 70er Jahren werden Einweisungen in die Psychiatrie seltener. Aber Inhaftierungen psychisch Kranker extrem häufig. Es sollten nicht Vertreter des Strafrechtssystems sein, die sich als erste um psychisch Kranke kümmern oder um Personen, die sich wegen Depression oder Trauma mit Alkohol und Drogen selbst behandeln. Das ist nicht Aufgabe des Systems. Bei Reformen muss es auch darum gehen, wie man Betroffene besser erkennt und Behandlungsmöglichkeiten ausserhalb des Gefängnisses findet. Mein Name, den mir meine Mutter gab, wurde eine Nummer. Und Sie fragen, ob es noch Sklaverei gibt? Wenn das Strafmaß eine Grenze überschreitet, zieht es Rache nach sich. Das hat Folgen, die wir nicht beabsichtigt haben. Man ist nicht mehr traurig und reumütig. Man wird wütend. Und das äußert sich in Gewalt. Dann kommt man schlimmer raus, als man reingekommen ist. Wozu dient das Gefängnis? Man sollte sich ansehen, wen man eingesperrt hat und alle, die dort nicht hingehören, rauslassen. An den einzelnen Entscheidungspunkten kann man eine Menge ändern. Bis zu einem bestimmten Punkt schreckt Gefängnis von Straftaten ab. Aber darüber hinaus führt es zu mehr Kriminalität. Wir wenden viel Zeit und Geld auf, um Menschen schlechter zu machen. Der wahre Zweck amerikanischer Gefängnisse besteht darin, Menschen zu vernichten. Als Individuen und als Mitglieder der Gesellschaft. Mir wird Angst, wenn ich mir vorstelle, wie das Strafrechtssystem nach der Trump-Regierung aussehen wird. Jeder sollte die Geschichten von Tommy, Corday oder anderer Häftlinge kennen. Immer wieder kommt mir das Gefängnis auf dem Hügel in den Sinn. Der Gedanke an die vielen weggesperrten Schwarzen und Armen, die machtlos sind und nicht über ihr Schicksal entscheiden können, bricht mir das Herz. Sie werden ihrer Würde beraubt und unmenschlich behandelt. Was für ein gigantischer Verlust an Geld, Chancen und Leben. Wenn wir diese Grausamkeit weiterhin zulassen und nichts unternehmen, verlieren wir jede Menschlichkeit. Wir dürfen nicht wegschauen, wir tragen die Verantwortung. Dann. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020